Hallo Burgis, wir haben eine ganz einfache Drehung für euch, die ist angelehnt an den ganz normalen Damen-Drehungen, die hier auf den zweiten Wechselschritt kommt, auf den Rück-Vor-Wechsel-Dreh-Wechsel-Schritt, aber jetzt in den Platzwechsel eingefügt wird, nämlich Wechsel-Schritt, Wechsel-Schritt, Schritt-Vor-Wechsel-Dreh-Wechsel-Schritt-Rück-Drehung. Für die Dame ist es dann eine anderthalbfache Drehung, der Herr macht die kurze Drehung. Rück-Vor-Wechsel-Schritt-Gehme nach vorne. Ich mache jetzt hier, dann baue ich ein bisschen einen Drehmoment auf, baue mir selber die Schranke, gehe an den Ober-Ander-Dreh-Drehung und auf den zweiten Wechsel-Schnitt kriegt sie die Drehung, dreht auf der Stelle und wir fangen uns wieder. Noch einmal fließend, rollen, vorwärts, drehen, rutsch, stehen, rollen. Keine Exe dabei, habt ihr gleich. Viel Spaß!